ja herzlich willkommen zurück ja wir sind auf dem weg wieder nach pleasant valley rein ja große Schießerei beim letzten Mal und Semmels hält gerade noch die Stellung er hat diesen Mr. Ryan getötet war schon die Evil-Clown-Masker ja aber nicht ich wüsste hier Decker halt mal nur als falsch ich will nur meinen Rucksack am Eiter also meinen Beutel Eiter, da sind 60 Stoß drin, ne? das ist da liegen, ein Zugbeutel auf der Straße, aber tausend Zungen ist halt, ne? immer noch den einen hab ich halt hier komplett gelobtet jetzt aber auch noch ein paar Jahre später, ich weiß, dass ich mich hätte, ich hätte sie gerne mal weil sonst, glaub ich, hier aus meinem Haus raus und dann ist alles vorbei das ist, glaub ich, komm jetzt in das Haus, dann lassen wir die anderen zwei auf den Kommen ich bin im zweiten Haus quasi gegenüber von Polizei, da ist weiter, so ein offener Gebäude das von mir ist ein Glas, wir werden jetzt kurz vor der Kirche dann wird vorbei die laufen rechts am Land, weil Kirche ist auch gesund heute oben Marcel, sag mir Bescheid wann, dann laufe ich raus und zieh alle Zumbis erstmal zusammen und dann läufst du da hin ich bin jetzt schon fast da, also du kannst, wenn du... soll ich lauf? okay, ich loge jetzt alle, okay, warte, weit weg ja, okay, die Zumbis kommen natürlich nicht hinterher ah, jetzt, jetzt, jetzt kommen die, jetzt kommen die zwei, zwei, drei im zweiten Jetzt kommen die Dier hinterher. Gesehen, Alter. Ja, ich hab's gesehen. Warte, lauf mir entgegen. Lauf mal eben in das Gebäude rein. Okay, warte. Lauf mal eben rein, dass ich die hab. Ja, jetzt müsste ich die alle haben. Warte, warte, warte. Da ist ein Spieler. Kann dir nicht helfen, Alter. Ich bin tot. Fuck. Der läuft mitten durch die Zombies. Hier liegen Sachen rum, ne? Das ist nicht so weit. Oh, noch einer. Jetzt haben wir halt keine Waffen, nichts mehr. Mach die Tür wieder auf, mach die Tür wieder auf. Dass die Zombies reinkommen. Ja, hab ich aufgemacht. Dies wieder zu, dies wieder zu. Und dann raus am besten, lauf raus. Sehr gut, da drin hat der nix, da drin hat der nix. Der Sack, drin ist leer. Der hat Zombie-Modus. Der wird nicht angegriffen von den Zombies. Der lutet auch noch einer. Ne, jetzt greifen die dann. Die töten, die töten. Nein, die töten die nicht. Der ist nicht wichtig, die noch einer sitzt da. Der heißt, der sieht, der wird angegriffen. Wenn die dann gern sterben, ey. Einer läuft bei der Police Station weg. Zwei Lauschen, einer sitzt hinterher, der geht jetzt raus. Arafat heißt der. Arafat. Es wird gleich auch gut, das muss nicht nur beim Verlieren. Es muss mir eine Waffe besorgen, verdammt. Ach, Mist, äh. Ich saß zu lange da rum, die konnten wieder alles holen. Hätte ein anderes Haus laufen sollen. Oder, ne, wir hätten warten sollen mit dem Noten, bis alle da sind. Gehen dann los, Alter, fünf Leute, oder sechs Leute umgeschossen, die nächsten drei, vier Leute, ey. Ja, aber dafür haben wir dann jetzt nix mehr, ne? Wir haben keine Munition mehr, keine Waffen, gar nix. Doch, ich hab die ganze Munition. Wie? Ich hab die ganze Munition, Stefan. Aber nicht aus meinem Beutel, ne? Nee, aber aus meinem Beutel. Ja. Dann haben wir trotzdem nix. Dann rennen wir irgendwie locker aus. Was, ich hab die ganze Munition? Ja, aber wir haben trotzdem, wir sind vier Leute, dann haben wir ja trotzdem nix von. Aber trotzdem haben wir immer mehr verloren. Ich bin die sechs. Ich bin eh fünf, bin jetzt auch gleich dran. Ich lauf grad da zum Polizeipräger. Ah, da kennt mich einer. Fuck. Bist du noch da, Marcel? Ja, ich bin mir grad weglaufen, weil ich am Buben, ich hab mal ein ZDAP. Ich bin mir grad am Bandagieren, ich hab keine Bandagern. Fuck, Alter. Oh, Alter, schreckt der mich. Ein Beutel, ey. Ein zwölf Beutel oder so. Ein, die haben aber schon ein bisschen bei mir rausgenommen, sie. Ich hab die zum Beispiel ins Polizeipräsidium und spät die ein. Das ist schon da? Ja, ja. Hinter mir läuft einer mit der Axt vom Alter, auch wie so ein Gestörter. Komm, jetzt auch wieder dahin, Stefan. Ich hab ne Hand damit. Da ist ein Schuss. Ich bin bei der Feuerwehr gleich. Bist du das am Polizeipräsidium? Ja. Ich blute gerade. Die ist gerade. Der ist leer. Der ist auch fast leer. Der ist eine Police Station. Der auch nochmal in Agava ist das. Ich. Ich bins inzwischengegangen. Okay. Ja, munkeln. Und ja. Hat. W selection. das ist der Verstattung im Bereich des Fußes und ich hab keine Ahnung ich habe ich noch nicht dann kommen wir ab der Punkt der Kräfte geschehen ja ich habe von einem von Menschen in der Verkaufgabe ich hatte den einen glücklichen Beratungen verwendet jetzt auch schon wollen davon hat das erste Leben die Akkurschussler ich habe ja kann du hast die AK? Nein, die AK ist Schluss, hab ich. Ja, ja, komm, lass dich mal eben reingehen ins Haus. Ja, mach auf, ich komm rein. Ein Zombie ist hier drin, aber ist ja egal. Warte, komm mit, häng das nicht auf. Dann laufen wir. Ah, ich hab zugemacht. Okay. Lauf ans Badezimmer, ins Badezimmer. Mach zu, mach zu, mach zu. Hab ich. Nice. Ich muss, ne, ich finde dich. Oh, ich hab keine Bandage, Alter. Hier, warte, warte, warte. Wo seid ihr reinkommt? Ja, ja, ja. So, dann nehmen wir mal einen Schuss, dann kill ich jeden, dass wir die, die ja alles. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Hier, warte, warte. der Fahnden von der Sitzung nach wie ein Schuss und Sohn die Zeit wieder auf der Straße läuft einer beim Polizeirevierer für ich bin vor dir hier drin ist nicht mehr da was war und wieder an ich komme es auch von dem Fall wieder also aufpassen ich bin genau so wie ich bin ich bin dass er da bekommt wer läuft da die aktuelle Anwesenheit ich hab auch nur noch wieder Moni für die Schotten sich aus werden wir haben jetzt richtig gut was bekommen Vorsicht Spieler 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 helft mir helft mir helft mir wo denn? hinter mir hinter mir ja was heißt hinter dir? ja wo ist der hin? das ist ein Langelaufen doch das ist ein Langelaufen ja war ein Bambi Stefan geh den Sacken müssen wir mal looten am Polizei will wir den ja wer lockt die ganzen Zombies und hüpft ist ok doch die mal weg da kommt einer mit Pfeil und Bogen von hinten er schießt sie auf Tschechel ich kann nicht schießen ich kann nichts machen da ich hab tot Zombies am Sack kann nur mich hat er ach ja wo ach ja wo ach ja wo der ist tot ich hab nicht zum schießen wunke mich an, dass ich mute komm mal da ja bin mit nach der Straße ich loote mal den Sack der da ist ich loote den ok da ist nichts mehr drin da kommt noch was ok dann kommen wir weg oh die haben richtig gut was bekommen da weglasst du den Typen gerade gelootet? nein ich ähm muss mich grad nochmal neu verbinden ich hatte keine Zeit den Typen zu looten so der hat auch nichts ja treffen wir uns beim Ding so ums beim Check, ne? dass ich's hingehe bis hinter ich schweine die ganze Sniper Schuss oder so die Tim? wir haben auch wir haben auch 50 Schuss Schuss ja krass geil also zum Check als wir dein Zeug hatten Marcel hätten wir laufen sollen ja ich bin hinter euch nicht erschrecken ich hab grad falsch gehalten Tim was machst du da? läuft dir da rückwärts langsam durch die Gegend obwohl der weiß dass die Spieler sind ich geb dir jetzt die AK mit dem paar Schuss noch denn das war ein Zuge aber ein weiterer dieser Lockerfurt zweiter Schuss seitdem die Runde hier ist schon durchgelaufen im Jahr so ist es wieder vor lange her aber an sich haben wir es doch ganz gut gelöst oder? oh sorry das ist einer drin hier rechts im Gebäude außen und drinnen das kommt rein kommst du vom irgendwo hast du eine Höhle? nein, da ist der, der zu heilig, ist der. really why? warum nicht die kleine runde Ticker ja,, ja really ja, schon nochmal komm, dann rein 5 er schickt die Monier ein Dichter über das Wort um das Ziel ganz rein und fasse was ist auch wenn du die Masse an die Bundeswehr ich bin schon was denn ich muss ein Ende ja was für eine Spannung unglaublich das tatsächlich geschafft noch ein bisschen was von dem Blut zu sichern und ja die Zombies sind ne echte Plage man kann nichts mehr in Ruhe looten aber gut so ist es eben und ja wie es weiter geht seht ihr in der nächsten Folge ich hoffe ihr bleibt dran bis bald euer Zeke